Wir sind drin, der muss, der muss, die müssen. Wie steigt man aus? Einfach mit Leertaste, sobald Kevin gibt an. Ja, wieder da hinten oder nicht? Ja, wenn wir da wieder schön in die Nähe kommen, ja. Ja, wie fasziniert du doch? Ja, wobei, das könnte sein, dass da noch viel mehr hingehen, weil es sind noch so viele, sind noch gar nicht raus, ne? Wirklich? Ja, no risk, no fun. 3, 2, 1, let's go! Oder wir gehen, willst du gerade sagen? Ja, wir hätten noch über den Berg gekonnt, direkt an die Küste. Ja, in die Stadt, ja. Aber da hätten wir möglicherweise einen extrem weiten Weg. Da, denke ich mal, werden aber mehr hingehende Ziele. Hier ist auch nichts. Was ich nicht? Gut, direkt hinten ist auch wieder eine Kiste. Gut, Waffe habe ich schon mal. Und... Ich schieße, ich schieße und... Daneben. Nice. Nietzsche. Okay. Oh. Äh... Was? Hat jemand eine ordentliche Waffe für mich? Negativ. Äh, warte mal, wie war das? Wie wechsle ich wieder das Material? Ach, rechts. Wow. Ah, da ist ein Shotgun wenigstens. Ich hätte auch noch Schild abzugeben. Was? Ich habe eine Waffe für mich, Schnitzer. Sicher. Äh, warte mal. Was haben wir denn da? Du kriegst sogar was von mir. Ich habe gerade schon einen gehabt, danke. Äh, pass auf. Ich hätte eine taktische Maschinenpistole im Angebot. Ich hätte eine schallgedämpfte Maschinenpistole im Angebot. Ähm... Ich hätte auch noch ein Sturmgewehr im Angebot. Die taktische. Okay. Liegt. Weil ich habe bloß das. Oh Gott. Und? Pass auf. Oh, halt ewig ist auch jetzt. Ja, okay. Aber wenn es aufgeladen hat, geht's ab. Äh, ja. Da bretzt du da mal schnell 100 Schuss raus. Und ich habe bloß 16. Ola, wo bist du? Olaf ist da oben. Olaf? Wo ist Olaf? Ach, da oben. Hol doch, die ist schon wieder ab von mir. Hier, warte, 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 warte. Denk ich dir. Uh, hier kann man ja richtig gut Ressourcen sammeln. Ja. What the hell? Aber wir müssen... Wer hat denn das hier gerade kaputt? Ja. Äh, Leute. Ganz kurz. Wir müssen Richtung Szena. Dann. Ja. Okay. Ja. 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 Ja, aber es sind ein paar Meter. Trotz alledem. Ich habe tatsächlich die neue Wache, die rein gepatcht wurde. Und da liegt auch noch ein Schildtrunk. Hat irgendjemand Bandagen im Inventar? Nee. Nee. Ich habe einen Medikritte. Ich glaube, fünf Stück habe ich. Ja, dann komm mal zu mir, oder? Ja. Ich mache gerade auch nur Horde mit dem Holzknüppel und beschwere ich mich. Ja, wir müssen mal los. Ja. Korrekt. Ich habe den C mal markiert. Ich habe nur noch fünf Bandagen, die kannst du stacken. An der Stadt links vorbei gehen. Äh, Max, warte mal. Die zwei fehlen noch. Ja. Ja, ja. Ich bin hier noch am. Oder sowas, oder? Ja, da drin gibt es auch unter Umständen was. Kannst du mal gucken. Ich gucke mal da drüben in der kleinen Hütte. Voll ab, wir müssen. Endlich. Oder fürs Loot, geil. Schuss. War gerade ein Schuss. Nicht aufhören. Wollte es aber mal gesagt haben. War in der Hütte Tower. Ja, deswegen gesagt, da will ich auf jeden Fall dran vorbei. In Richtung See vielleicht. Ist grundsätzlich scheiße. Ja, in die. Mal gucken, dass man außen rum kommt. Ja, ja, in die Richtung. Aber da wären wir dann nämlich in der Zone. Quasi am Rand der Zone, weißt du? Hier ist noch ein Schild dran. Bist du Olaf? Du hast ja ein Schild dran. Naja, nicht innen. Also hier sind wir nämlich dann eigentlich drin in der Zone. Oder Max. Du willst. So, links rum, rechts rum. Am besten links rum, oder? Ja. Na gut, wir werden da möglicherweise vielleicht Besuch haben. Da vorne, an dem. Ja, rechts wäre Mathilde Tower Besuch haben. Ja, ne. Auf jeden Fall werden da links rum. Das ist. Schüsse. Ja. Die kommen von oben. Ja. Seh ich. Von wo? 230. Ja, das sehe ich. Okay. Wir sind drin. Der muss. Der muss. Die müssen. Abne. Da war noch einer. Ja. Ja, der ist noch nicht. Der ist noch nicht finish. Der ist noch nicht finish. Der krabbelt da noch durch die Gegend. Bandagen halt. Warte, ich mach ne. Ich fähre den schnell. Ja, ist auch noch. Warte schon. Ist down. Weitere Schüsse. Hier ist noch was. Unten am Baum einer. Ja. Der ist zum See runter. Wollen wir nicht pushen? Na ja, alleine kann er wenig machen, oder? Lass uns pushen. Warte, der hat noch solche getroppt. Ich kriege noch eine ordentliche Waffe. Max, mach langsam. Mach langsam, Max. Du bist alleine. Ich gehe da links. Ich bin weiter hinten links. Erstmal nachladen. So, und jetzt fährt's. Okay, der war da zuletzt da unten gewesen. Direkt unterhalb von Max. Ich weiß ja nicht, ob der in den See rein ist, oder was? Kann doch auch sein. Kann doch nur in irgendeinem scheiß Busch sind. Der war direkt hier unten. Ja, hier ist er nicht. Dann ist der unterhalb vielleicht weggelaufen. Weil nach links ist er glaube ich nicht weg. Der kann nur nach rechts weg sein. Hier ist noch ein Schild dran, wenn er immer will. Hier ist eine Falle aktiviert. Hier ist eine Falle geplast worden. Der ist hier im Haus drinnen bei mir. Wo kann man fallen sitzen, kann man die sehen? Ja. Der hat so oben bei sich gefasst. Von außen hoch bauen? Ja. Da wo Max sind wir. Gut, der Falle ist kaputt. Kannst du reinmachen. Ey. Wow. Ich hab ne. Ich hab ne. Boah, ich bin außerhalb der Zone. Die Zone. Scheiße, 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 scheiße. Wir haben die Zone verpennt. Ja. Für so eine Weile. Durch das See schwimmen, bringt das was? Äh. Bis halt langsam. Aber was anderes bleibt uns nicht. Bring. Hey, möglichst fütter an den Rand. Sorry, Max. Die laufen noch welche? Rechts zu mir. Hm. Fünf, Mann. Ne. Immerhin hab ich zwei Kills. Was? Ich hab'n will. Ich hab'n will. Weiter nicht mehr drin. Ja. Ja. Ich hab'n. auch. Ja. Das wird so. Ja. Da haben wir jetzt aufgepasst. Wir haben uns jetzt zusehhaft den anderen versteift. Ja. Ja. Ich bin weitergewechselt. Ja. Ich bin weitergewechselt. Ja.